Diana und Mama Diana, spielst du? Du musst lernen. Okay, okay. Magie, Magie, boom. Hast du Lust auf magische Abenteuer? Ja, ja. Wow, magische Knöpfe. Nein, nein, nein. Zuerst musst du lernen. Ich muss nachdenken. Hund, Katze, Karte, Tasse. Das ist so einfach. Ja, das sind Bälle. Ich mag das. Ich habe was gefunden. Wow, ein goldes Ei. Machen wir es auf. Wow. Das ist unglaublich. Ich will mehr. Yay. Es ist verschlossen. Nein, nein, nein. Du musst lernen. Ah, okay. Wow. Das ist eine Katze. Wow. Wow. Yeah. Ah, gelbe Bälle. Vielleicht finde ich ja wieder ein goldenes Ei. Ah, ich habe es gefunden. Ah. Ah. Rose Donuts. Hahaha. Yeah. Noch mal, noch mal, noch mal. Ah. 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 Stuhl. Fuchs. Sonne. Cool, ich merke es. Blau, wie Wasser. Da ist was. Meine Liebe. Wow. Marshmallow Zimmer. Wow. Ich glaube, da ist noch mehr. Gut. Yay. Oh. Lerner. Ich weiß. Mathe. Acht plus fünf ist ... Aha. Ah, da wäre mein. Halt, wir laufen! Läufe! Läufe! Ei! Wow! Super magische Abenteuer. Gute Arbeit, Diana. Diana, wie geht es dir? Papa, Papa, ich habe alles gelernt. Fantastisch. Puh, 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 Puh!